Don't burn it down Burn it down Don't burn it down Hey Freunde, willkommen zum nächsten Test. Heute testen wir auf jeden Fall gleichzeitig die Quackle bzw. hintereinander weg. Einmal die Quackle und einmal die Palms. Jede Batterie kostet 2,50 Euro bis 3 Euro. Die Quackle hat jetzt hier 38 Gramm NEM. Ja, steilscharf. Genau, 38 Gramm NEM. 10 Schuss, wie gesagt, 2,50 Euro und dann haben wir hier noch die Palms mit Klappfuß sogar. Und die hat eine NEM von 67 Gramm. Fast doppelt so viel. Das ist ja ein unfairer Test. Gut, also testen wir alle beide mal weg. Wie gesagt, 2,50 Euro, 2,50 Euro und wir sehen uns gleich draußen zum Doppeltest der Quackle und Palms. Bis gleich. Jetzt kommt erstmal die Quackle, wie versprochen. Gucken wir mal, damit wir hier mal so ein bisschen einbauen. So. Ja, war ganz süß für 3 Euro. So, dann machen wir gleich mal weiter mit der, ähm, was war es nochmal mit der, ähm, was war es nochmal mit der, mit der, mit der Palms war es genau. Testen wir ja mal gegen dann, also was gleich. So, jetzt gleich direkt im Vergleich die Palms. Mal gucken, ob die Palms ein bisschen rösser ist. Ja, also die Palms ist für 3 Euro definitiv besser als wie die Quackle. Also für mich eine Kaufempfehlung für die Palms. Macht's gut. Schau, drüben, ja. Schau, drüben, ja. Untertitelung des ZDF, 2020